also meine lieben herzlich willkommen zurück zu oktober 2 wo ich mir schon die mühe gemacht habe unsere leute auszuwechseln damit wir eigentlich jetzt gleich loslegen können wir über nacht noch eine runde agnea ist mit abstand die schwächste dies gab mal die welche so ist die 47 ist schon brutal wirklich brutal behind also holi ist nicht so schlimm dies aber die gar nicht zusammen das gleich ist wieder aus wie je nach guck uns die geschichte an mit der sängerin wenn ihr das noch wisst oh look they're beautiful what are these hikari their light is so soothing I see. They may be gone, but they're never far from our hearts. Indeed, their souls light our way. How wondrous. Lord Hikari! What is it, Benke? Merely an idol suggestion, but might we hold a festival to commemorate our victory? Since time immemorial, Ku has celebrated its victories in war with lavish festivities. We should do the same, so the people can come to love their new king. No. But why, your majesty? Our friends' wounds are still fresh. Their bodies and minds still raw. We all lost much in the war. There is no cause for celebration. You have a kind heart, Hikari. But you shouldn't be so dour all the time. Thank Nia. How about you try this? Hold a festival to pray for the happiness of those you've lost. And in that way, we mourn our friends. I see the merit in that. A ritual of remembrance. I like it. A splendid idea. I'll begin preparations right away. Süß. Lady Agnia, would you dance during the celebration? Of course. Me? It would be an honor. Fast. Well then, we have all we need. Not quite, Benke. A ritual requires the appropriate accoutrements. Mhm, 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 mhm. Ah, but of course, your majesty. I'll help too. After all, a little hard work never scared me. Ah, good, good. I have three items in mind, I might ask you to gather for us. Wine to use as an offering. Wood from a sacred tree. And of course, a mask for the dancer. You can count on it. Easy. Es wird nämlich markiert. Ich war maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt. Sieht doch nur, sieht doch fast aus wie früher, oder? Ah, meins, meins, meins. Und heiliges Holz, meins. Bist du wirklich ne ganz Süße. Die geb ich dir ehrlich gerne etwas ab. Du meinst alles, was du besitzt. Hier rein? Ja. 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 Mutkraut, Oliwe des Lebens, du weiter Wein. Du musst das schon annehmen, liebe Tänzerin. Was von dir? Hab heute den ganzen Tag geplappert. Hust, mein Hals ist schon ganz kratzig. So geht's immer nach jedem Let's Play. Wenn du so fünf, sechs Stunden ran bist, dann ist schon neu. Geht schon in die Kehle. So, ein paar hier noch. Sekunde. So. Na. Danke. Ja, jetzt gucken, was sie sagt. Ohne die Vergangenheit zu kennen, kann man die Zukunft nicht gestalten. So sieht's aus. Zack, zack, zack. Würde mich so darum bittest gerne. Warhard. Speichern mal ab. Guck mal, wie die rennt. Voll der Naruto-Walk. Sieht ihr das? Witzig. Haben noch was Speichern, zur Sicherheit? Ja. Ist das, was du für dich schaust, Benkei? Ja, ja, perfekt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um das Ritual zu beginnen. Und mit deinen schönen Schritten, um die Farbe zu adden, um die Procesion zu erinnern, ich denke, dass das eine für die Jahre wird. Bezureich, Benkei. Wenn Agnia ist zu tanzen, wir brauchen Musik, ja? Ah, aber natürlich. Ich denke, ich habe wiederum getrennt. Wir können nicht so wichtig sein, um nur eine gewisse Barbe zu tun. Aha, wer wird das wohl sein? Was ist hier noch? Warum sind da zwei Dinger? Jetzt erstmal hier raus. Natürlich. Wir haben es überlebt. Die hat mir etwas geschafft. Sie hat wirklich jemanden getötet. Hier. 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 Genau. Hier. 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 macht er nicht so wenig schaden hikari liegt an seinen komischen waffen glaube ich ja was was macht er da ich Ah! Ahaha! Ah! My place saves. Huh? Axe attack. I am unwell. Alright. There. My prey awake. Darn it! Ah! It's my turn now! Here I come! What to do? My journey will not end. Ah! Ah! Ich brauche jemanden, der mich unterrichtet. Das können wir machen. Raise your... Wie, du willst du mir hier... willst du mir existieren? Na, aber gerne doch. On your guard. Now... If it's over. There's no need for flattery. It'll rust my sword. Schlitzen für ein Schwert... Oh, ne. Puh, mühsam. Er nähert sich das Ei hier. Wenn ich nicht aufgehe, dann wird das schon... Ist das stärker? Ja! If I'm... What? Was haben wir hier von The Secret? On your guard. My... Uh... I'm sorry. I still have much to learn. Cool. Einfach so random. Ich führe zwei Schreiterangriff auf einen Gegner aus. Nein. Ich werde weiter über und meinen Meister stolz machen. So. A den zwei Hacks! Offen Sie auf Ihren Befladen. Vielleicht sind die Aufmerksamke. Also... Ich werde das nicht vielleicht sehen. Einfach so langsamer. Wir haben diese Aufmerksamke. Aber er will sich nicht gutes. führe ein mittelstarkes wernergriff auf einen grieber aus nein womöglich habe ich mein meister und übertroffen raise your game on your guard prepare yourself für einen starken schwertangriff auf alle gegner aus das hat sich schon besser noch nicht stark genug glaube ich oder noch nicht es gibt für mich nichts mehr zu tun arroganter krieger ha man kann auch zu stark werden ich weiß wovon ich spreche ja das sehen wir jetzt du glaubst also wirklich du könntest dich mit mir messen dann werde ich die wohl meine ordentlich lektionen er macht guten der mit da war zu guten damit wir sind danach noch mal dran da war der war der war übel führe einen starken schwertangriff auf alle gegner aus und für ihn zusätzlichen feuerschaden so geil dafür kommt das mystische bohren sogar tatsächlich weg ne wir machen die fesseln weg ja vorwärts stolz wird aus unreife geboren ich bin froh dass ich zu sinnen gekommen bin hart gesottener krieger das waren wir noch mal töten das hört sich an als ob er noch stärker geworden ist ich bin gespannt wenn wir das einsetzen können machen hier eine stilz wie ja ok krass war eine coole kleine story muss man sagen nicht erhältlich warum nicht obsidian shirt des kinders in zeiten der nur können wir nicht klauen oder höf ist für zwei bis vier und den füßen angriff des ziels kommen wir nehmen die mit können sie auch mit damen mitnehmen ja gerne sagt bescheid wie ich helfen kann wir nehmen aber mit let's go es ist falsch war cool war echt cool und die mütze nehmen rufen wir mal war mal die neue fähigkeit war das stark ich weiß es nicht war macht auch gut damit ich finde das ganz gut jetzt gerade das sind aufbewahren anregende pläume nehmen für gar nicht weiter geht's ich bin mal gespannt wo wir gleich hinkommen kleine gegner bitte so pro ziel für monster der ausgebildeten reihenfolge das ist halt so bogen 1 2 3 4 die bacht das ist so bogen das ist einfach so Und ist als Tänzerin. Das Beginn des Kuhs. Oder so sagen sie es. Das Beginn? Hikari, der Sound, ist... Ich weiß. Lass uns weitergehen. Danke fürs Einzelnen.